Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. In der letzten Folge haben wir Zanto bekämpft und haben gegen ihn den großen Bossfight in allen möglichen Phasen geschafft und hinter uns gebracht. Und heute wollen wir mal schauen, wie es jetzt allgemein weitergeht mit der Geschichte, mit der Story. Denn wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich weit am Ende und so viel ist es nicht mehr. Okay, also dann, wir werden mal schauen, was Midna jetzt zu Zanto zu sagen hat. Du sollst es erfahren, dass du nicht unser Hoopla Oberhaupt werden konntest, liegt an deinen Augen. Es liegt an deinem gierigen Glanz in deinen Augen. Der König fürchtete, du könntest zum Opfer deiner Kräfte werden, wie unsere Vorfahren. Midna, törichte Prinzessin der Schatten, möge dein Fluch ewig auf dir lasten. Es war die Macht meines Gottes, die dich und dein Volk mit diesem Fluch belegt hat. Deine Magie wirst du nie zurückgewinnen. Schon ist er auf die Erde hinabgestiegen und wiedergeboren in dieser Welt. Oh mein Gott, wen meint er noch? Solange Gennendorf, mein Herr, am Leben ist, werde auch ich immer wieder zurückkehren. Alter, der Mund, ey, ekelhaft. Wow, Midna, rastet aus. Der Volk! Wow, mal eben gefrühstückt, den Tübi. Ich, ich, das war doch nur ein kleiner Teil von meiner Kraft. Und die ist doch um so viel schwächer als die Macht, die unser Volk in alter Zeit besaß. Okay. Ist Midna jetzt ein bisschen zu sehr ausgerastet, kann das sein? Link, es wird Zeit, Zelda zu retten. Meine Magie habe ich zwar nicht zurückgewinnen können, aber es bleibt uns immer noch die Macht des Schattenvolkes. Damit kann ich auch Zeldas Kraft wieder erwecken. Und diese Kraft wird für uns unverzichtbar sein. Also, lass uns gehen. Prinzessin Zelda wartet. So, okay. Dann holen wir uns noch den Herzcontainer. Den hätte ich jetzt fast übersehen. Oh, ich habe gar nicht daran gedacht, dass es einer kommt. Ha. Na gut. Okay. Herzcontainer. Nummer 17. Wow. Nach einem Herzleiter hätten wir den 18. Ich glaube, mehr als 18 Herzen wären es dann auch nicht insgesamt. Aber immerhin, ne? So, okay. Ich kann dich von hier wegbringen, aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Jo. Natürlich. Okay, das wäre vielleicht ein besserer Zeitpunkt für den Cut gewesen, aber ich wollte es dann einfach in der letzten Folge nicht so überziehen, ne? Ist ja nicht so wild. Äh, ne, speichern brauchen wir jetzt nicht. Alles gut. Sonst muss ich das wieder rausschneiden. Das finde ich nicht mehr so nervig. Okay, damit müssten wir eigentlich in dieser Schattenwelt fertig sein. Gennendorf hat also Zanto nur benutzt, um in die Welt des Lichts zurückkehren zu können. Jetzt wissen wir, wer für die magische Barriere um Schloss Hyrule verantwortlich ist. Er ist in Schloss Hyrule, da bin ich mir sicher. Link, wir müssen schnell zurück in die Welt des Lichtes und Prinzessin Zelda retten. Okay, ich eile. Immer muss ich alles machen. So ein Graffel. Ein ziemliches Graffel. Zack. So, und dann geht es jetzt also zurück in die Welt des Lichtes. Dort werden wir uns, bevor wir zum Schloss aufbrechen, möchte ich gern noch eine Sache machen. Und zwar mir die Magierüstung kaufen. Die habe ich ja letztes Mal nicht kaufen können, weil ich nicht genug Kohle hatte. Aber heute sollte das gut funktionieren. Also schauen wir mal. Wir gehen erstmal hier runter. Ist jetzt hier irgendwas? Nö, passiert nichts, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir warpen uns zurück zum Westausgang des Schlosses Hyrule. Der Stadt Hyrule besser gesagt. Und los geht's. Ach ja, schöne Sache. Schöne Sache. Ich freue mich. Ich freue mich auf den Kampf gegen Ganondorf. Ja, und damit ist es wohl klar, dass wir noch gegen Ganondorf kämpfen werden. Das war relativ offensichtlich, oder? Das war ein interessanter Kampf jetzt gerade gegen Santo. Wie gesagt, der hat mir sehr gut gefallen. Aber das war nicht das Ende von Twilight Princess HD. Nein. Übrigens sind wir jetzt in der Folge 76. Das war jetzt mit der letzten Folge dann, ne? Klar, dass es nicht reicht. Und die 76 ist bis jetzt, damit ist Zelda bis jetzt das Projekt mit den meisten Folgen bei mir. Bis jetzt waren es Risen und Risen 2 mit jeweils 75 Folgen. Aber jetzt hat Zelda das Ganze halt mal ein bisschen gerissen. Okay, na gut. Weitere Feedbacks und Fazits zum Spiel werde ich erst in der letzten Folge dann, wann auch immer die sein wird, bringen. Also viel kommt nicht mehr. Definitiv nicht. Diesmal bin ich mir ganz, ganz sicher, dass nicht mehr viel kommt. Ist der Laden jetzt überhaupt offen? Ist das nicht der Laden, oder? Verdammt, wo ist denn der Laden? Vor allem ist es Nacht. Ich will nicht, dass Nacht ist. Nein. Hereinspaziert, hereinspaziert. Der Kleinpreis erhalten vom Maro-Markt. Bekannt in Hyrule-Stadt zu legen. Deren Preisen. Hereinspaziert, hereinspaziert. Ja, bla bla bla. Okay. Oh ne, ist sogar offen. Cool. Und das ist mitten in der Nacht. Mensch, was haben die denn für tolle Öffnungszeiten hier. Ist ja hervorragend. Herzlich willkommen im Raum. Maro-Markt Hyrule-Stadt. Kauf was, kauf was. Wehe es aus mit rechts. La 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 la. So, okay. Hier. Oh, hier gibt es einen Stempel. Maro-Markt-Stempel. Nur 100 Rubine. Den kaufen wir auch gleich noch. Aber erst mal diese wunderbare Magierüstung. Super. 598 Rubine. Verfügt über magische Kraft. Mit dieser Rüstung gehst du sicher durch jedes Abenteuer. Jo, die kaufen wir. Herzlichen Glückwunsch. Das war die letzte Magierüstung, die wir noch auf dem Lager hatten. Du erhältst die Magierüstung. Solange du sie trägst, verwandeln sich deine Rubine in magische Energie. So wirst du immun gegen jede Art von Angriff, verließ aber bei jedem gegnerischen Treffer viele Rubine. Sind deine Rubine aufgebraucht, fühlt die Rüstung ihre Wirkung und deine Bewegungen werden träge. Ja, damit ist es schon erklärt, wie das funktioniert. Wir kaufen mal den Stempel hier noch. Keine Ahnung, ob der wirklich gebraucht wird oder nicht. Ist auch egal. So, Maro-Markt-Stempel. So, und wie gesagt. Ohne Rubine ist die Rüstung nichts. Und die zieht dauerhaft Rubine ab. Und wenn man getroffen wird, viele Rubine. So ist das, wenn ich mich nicht täusche jetzt. Und das ist ein bisschen tricky. Ich wollte sie aber unbedingt haben, die Rüstung. Denn sie sieht erstens mal sehr saucool aus, wenn ihr mich fragt. Und was mache ich denn? Und ist auch... Na, ich weiß nicht. Ich mag die einfach irgendwie. So, seht ihr das? Unten rechts unsere Rubine. Die gehen schon jetzt zur Neige. Das heißt, ich werde jetzt auch die Rüstung wieder ablegen erst mal. Für den Moment. Und dann später vielleicht nochmal benutzen. Falls ich im Kampf gegen Gellendorf an meine Herzgrenzen komme oder so. Mal schauen. Wow, das sieht auch stark aus. Wow. Das ist gar nicht so lustig, wie ich dachte. Was macht denn die? Meine Güte. Die tickt ja völlig aus. Alter, was ist das denn? Mitnahm, was ist aus dir geworden? Du bist ein Monster. Oh. Ich wette das mal eben hoch, um die Barriere zu stören, wie es aussieht, oder? Wow, ein fetter Speer. Ja, ein Punktglas ist immer gut gegen Flächen mit Glas oder sowas der Art. Also ist eine spitze Axt oder so besser als ein Hammer in dem Fall. Oder halt ein Speer, den man... Na gut, eine spitze Axt, sag ich mal, hat mehr Schwung. Aber so mit einem Hammer wird man da nicht viel bringen. Obwohl der auch viel Schwung hat. Und ein Speer wiederum wird man nicht genug Druck vielleicht aufwenden können, ne? Also wegen dickes Glas. Davon rede ich jetzt. Ist egal. Wir machen heute keinen Physikunterricht. Nein, nein. Wir hatten ja schon in der letzten Runde, in der vorletzten Folge, hatten wir ja schon so einen kleinen Ausflug in das indianische Volk. Nennen wir es mal so. Ja. Okay, gut. Dann geht's jetzt voran. Wir sind wieder bei der Hälfte der Zeit, schon wieder von der Folge. Ja, ich wusste schon, dass ich das hier nicht so lange hinziehen will. Aber so ist es... Na, war mir irgendwie klar, dass sich das alles noch ein bisschen zieht. Und öffnen wir das. Deswegen habe ich auch unterbrochen jetzt bei dem Gespräch von Midna und Santo vor uns. Weil ich wusste, dass das noch ein bisschen dauert alles und ich nicht genau wusste, an welcher Stelle ich nochmal gut unterbrechen kann. Und ich war mir halt auch nicht sicher, ob ich eventuell direkt hierher geportet werde oder so. Bitte lass jetzt kein Tempel mehr sein. Kein... Oh doch, das ist noch ein Tempel, oder? Oh nein, das ist glaube ich nochmal ein übelst nerviger Tempel. Ah! Ich will das nicht. Oh man, nein, ich weiß es wieder. Es ist wirklich ein verdammt langer, nerviger Tempel noch, oder? Ach, shit, Alter. Das ist unangenehm. Ja, toll. Die Solarkraft ist jetzt auch weg von unserem wunderbaren Schwert. Ich werde jetzt einfach mal nach links gehen hier. Mal schauen, ob das richtig ist. Und ja, ich schätze, auf ein paar Folgen müssen wir das leider noch gefasst machen. Ach, ist das ätzend. Was halten die denn aus, Alter? Das sind verdammte Bocklins oder so. Und ich sehe auch nicht wirklich was hier wegen dieser blöden Mauer. Ach, komm schon, jetzt greif doch mal den richtigen an. Oh, ich habe gerade ein bisschen die Schnauze voll. Das zieht sich mir zu sehr hin jetzt hier alles. Das hätte man sich echt sparen können hier in diesem List. Naja, okay, ich werde mich jetzt trotzdem hier durchkämpfen, das hilft alles nichts. Da muss ich wohl nochmal durch. Ist das gar nicht das, wofür ich es halte? Ist das eigentlich relativ gechillt? Kann doch auch sein. Ich weiß es echt nicht mehr. In jedem blöden Raum muss ich so eine Barriere finden oder was? Ernsthaft? Ja, nochmal tausend Bocklins. Juhu. Na, kommt schon her. Die können durch die Mauer durchlaufen oder was? Nice. Das hat doch mal ein Damage gemacht. Und der Fangstoß hinterher. Ich muss hier vielleicht wirklich mal ein bisschen gezielter vorgehen. Meine Güte, die halten aber auch aus hier. Ja, der Fangstoß ist da vielleicht wirklich ganz gut. Ach, nicht gedacht. Scheiße. Okay, gut, ich lasse mich jetzt nicht davon unterkriegen. Ich werde jetzt einfach noch die paar Folgen durchziehen, die wir noch zu tun haben. Und dann, irgendwann kommen wir vielleicht auch mal zum Ende. Vielleicht werde ich das Ganze auch jetzt hier einfach ein bisschen beschleunigen und hier wirklich durchrasen, den Irrer. Ich könnte natürlich auch versuchen, was ist denn das? Ist das ein Hebel? Halt, komm her. Na, komm schon. Ja, okay, damit öffnet sich das Tor schon mal. Sehr schön. Ich hoffe auch mal, dass es offen bleibt, egal was passiert. Das wäre schön. Und was ist hier? Ich habe schon nochmal so einen Kampfraum wieder. Vielleicht sind es so einfach bloß ein paar Kampfräume hier. Ich weiß das nicht mehr so recht. Zumindest dient es momentan so ein bisschen danach aus. Oh. Na, nochmal der Dicke. Aha, der hat einen Schlüssel dabei. Nice. Ah, vielleicht war das gar nicht mehr so schlimm. Lass uns spielen. So, dann kann der reden, Alter. So, dann kannst du reden, Junge. Du siehst nicht so aus, als kannst du reden. Okay, das wird nochmal ein interessanter Kampf, denke ich. Ich würde gerne mal eine Riesensprungattacke machen. Wow, hat gar nichts gebracht. Aber das funktioniert. Jetzt kommt ein Schlag von ihm. Bam, nice. Ja, das gefällt mir gerade. Zurück. Nochmal zurück. Und die Rundumhieb. Sache. Bam. Na, so schnell ist er nicht. Und zurück. Komm schon. Das reiht ja überhaupt nicht an hier irgendwie, oder? Lass uns spielen, sagt er, und dann macht er nichts. Alte Flasche. Oh, das hat nichts. Oh, wow, hat er mir gerade drei Herzen abgezogen, oder so? Ah, es trifft nicht. Zurück, zurück. Uh. Ah, reiche Taxe. Verdammt. Schon? Ja, manchmal klappt es einfach nicht. Ich muss ihn da wirklich genau, von diesem Winkel abziehen, sonst klappt es durch nicht. Ach, komm schon, wie lange hältst du jetzt noch aus, Alter? Wow, nice. Alter, wie viel der abzieht. Hä, hat er mich noch getroffen? Junge. Immer schön von hinten angreifen. Ui, 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 ui. Ich bin da auch, Junge, Junge, Junge. Da muss ich jetzt ganz schön, war schon ganz schön heftig gerade. Alter Lachs. Aber es scheint ihn auch nicht so, er lächelt, zu interessieren. Genug. Du erhältst einen kleinen Schlüssel, öffnet dir Türen, allerdings nur hier, wie immer. Okay, ich glaube, der hat einfach nur einen guten Gegner gesucht, und den hat er jetzt gefunden. Ich folge dem Stärksten. So hat es mein Volk schon immer getan. So, okay, folgt er mir jetzt, oder was? Heißt es das, oder heißt es, dass er Gennendorf folgt, weil Gennendorf der Stärkste ist? Äh, Link, der, der kann er sprechen. Ja, das war auch mein erster Gedanke mit mir, genau. Scheißdreck, ey. So eine kranke Kacke. So, was haben wir hier? Noch eine wunderbare Kiste. Geht ich ja fast übersehen. Rubine. Wow, braucht kein Mensch. Okay. Wo geht's denn hier lang wieder? Kam ich von hier? Nee. Das scheint ein anderer Weg zu sein. Hier geht's auf jeden Fall eine Treppe hoch. Boah, ich werde hier noch irre. Ich bin sowas von planlos, wo ich hin muss. Also ohne Scheiß, ich hab keinen Schimmer, wo ich lang muss. Ich glaube, das war jetzt schon der eine Flügel, oder? Ich glaube, ich hab das wirklich mit einem anderen Tempel verwechselt, als ich das vorhin am Anfang gesehen habe. Ich denke mal, so viel gibt's dann vielleicht doch nicht zu tun hier. Hoffe ich zumindest. Wie gesagt, ich möchte bald fertig werden damit. Ich wäre sehr froh drüber. So, jetzt sind wir wieder in den Hauptraum, wenn man das so nennen kann. Und ich schätze mal, dass man hier vorne den Schlüssel braucht, ja. Ich möchte bis vorher mal auf die rechte Seite schauen. Würde mich auch noch interessieren, was es da so gibt. So, ihr zwei. Nächste Runde, wa? Meins erwischt. Na, komm schon. Aua, Alter, ihr Penner. Haben wir ein Halbengeteil denn so viel aus? Das ist für mich irgendwie ein echter Rätsel. Ha, mein Schild. Aber das ist ja nicht gerechnet, ne? So, war's das? Jawohl, ja, sehr schön. Okay, vielleicht war's doch nicht so schlimm. Ich bin nicht mehr so sicher. Ich freu mich irgendwie echt nur auf den Kampf gegen Gennendorf. Und ich hab echt gedacht, ich kann jetzt hier rein spazieren und gleich gegen ihn kämpfen, aber nee, 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 so einfach ist es nicht. Jetzt kommt noch ein bisschen Sniper-Action, wie es aussieht. Mal die ganzen Schützen von den Türmen holen und vorher noch gegen ihn bekämpfen. Sehr schön, okay. Na, falsche Waffe. Ach, es war schon getroffen, okay. Ich dachte, dass der ging daneben. Aber auch der war gut. Okay, nice. Na komm schon. War's das? Ja, der hat doch echt viele Hiebe ausgehalten gerade. Ich muss schon sagen. Und Fangstoß. Ja, ich glaube, man könnte das ja auch einfach machen, indem man die ganzen Explosionsfässer zum Sprengen trinkt. Oder sprengt, besser gesagt. Aber ich schätze mal, ich mach's einfach ein bisschen konventionell und kill die einfach so. So. Ups. Ja, die meine ich. Autsch. Okay, sowas nicht gedacht. Egal. was soll's. Ich denke, ich könnte jetzt mal ein bisschen Luxus zu bevertragen. Denn ich bin nur noch bei 3 und 3 Viertel Herzen. Und das ist gar nicht mal so viel. Wow, die hat nur 8 Herzen oder so gefüllt. Ah, nice. Ähm. Könnte ich das mit dem Ding einreißen? Bestimmt, oder? Also, würde mich wundern, wenn nicht. Äh! Geht nicht. Das ist eine Holzbarrikade. Meine Güte. Und die sieht ziemlich zerbrechlich aus. Geh ich hier durch? Nee. Ach komm, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein verdammter Witz. Hier geht's lang. Aha. Dann buche ich mich da hin. Ach, mit den Dingern kann ich's durchreiten, aber mit meinem, mit meinem fetten Morgenstern einfach mal nicht. Ernsthaft? Oh je. Na gut, wir reiten einfach mal los. Hui. De, de, de. Ah, die Pässe sind natürlich nicht so gut für die Schweinchen. Komm, steh auf Schweinchen. Okay. Einfach mal kurz ein bisschen angeschlagen und dann geht's wieder. Hui. So, die Kontrolle mit den Dingern war schon immer scheiße. Das wisst ihr vielleicht noch. Aber wir schaffen das. Ich bin da sehr zuversichtlich. Bam. Ach, ballert mich doch nicht runter hier. Ihr sackigen Säcke. Ach, egal. Lassen wir die einfach in Ruhe hier. So, was hat man denn hier Schönes? Ich bin überfragt. Das sieht aus wie solche Windräder, oder? Gibt's hier irgendwie ein Muster auf dem Boden? Nee. Nicht wirklich. Verdammt. Na, wir probieren einfach mal irgendwas und ZBs anvisieren. Eins. Zwei. So, damit müssten wir ja eigentlich alle treffen, ne, wenn ich das so mache. Und dann nochmal da. Und dann nochmal da. Ach, nee, geht schon gar nicht mehr. Hä? Mitner, hilf mir mal. Link, was ist wohl auf der anderen Seite der Mauer? Ist da vielleicht ein Eingang? Sollten wir uns das vielleicht ansehen? Was? Wie jetzt? Das hier? Hey, Moment mal, kann ich mich da verwandeln vielleicht? Zum Wolf und so? Hm, mal schauen. Gespür. Ja, wühlen. Aha. Nice, nice. Vielleicht gibt es eine Info zu diesen komischen Windrädern, die wir gerade gesehen haben, die ich gerade versucht habe zu betreiben. Na gut. Ich würde jetzt aber trotzdem hier an der Stelle erstmal nicht weitermachen, sondern die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, bewertet und kommentiert das Video. Abonniert meinen Kanal, dann empfiehlt mich weiter. In der nächsten Folge werden wir dann, ja, versuchen, zu Gendendorf durchzudringen. Mal schauen, ob es klappt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.